Hi, ich bin Sam, 17 Jahre alt und der neue Auszubildende hier im Revier. Ich trete meine Ausbildung jetzt im September an als Mediengestalter in Non-Print, sprich ich entwickle und programmiere hier die Websites. Während den drei Jahren meiner Ausbildung könnt ihr mich hier auf YouTube und auf dem Blog auf unserer Website begleiten, das heißt ihr lernt wie meine Ausbildung ausschaut, wie das hier im Betrieb im Revier so abläuft alles und wenn wir Ausflüge oder sonstiges machen, nehme ich euch natürlich auch mit. Als nächstes könnt ihr mich begleiten bei meinem ersten Berufsschultag in Ravensburg an der GBS. Das läuft so ab, dass ich immer hier auf dem YouTube-Kanal Videos hochladen werde, aber auch auf dem Blog schreiben werde auf unserer Website www.revier.de. Bis dahin, euer Seth. Bis dahin, euer Seth.